Heute verdienen wir Geld mit 10 random Webseiten. Herzlich willkommen, du bist auf dem YouTube-Kanal. Geld verdienen mit Michael, schaust die Aufzeiten. Oder du bist live auf Twitch dabei, wir sind jetzt gerade so 5 Leute oder so. Montags, Mittwochs, Sonntags, 18 Uhr, alle Links sind auch unten. Und das Tolle ist, wenn du live dabei bist, bekommst du auch ein paar Geschenke und so weiter. Und du siehst die Videos früher. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die 10 Webseiten an. Ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Im heutigen Video schauen wir uns wieder einige random Webseiten wild durchmischt an. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten, mit denen man mithilfe des Internets Geld verdienen kann. Ich hoffe, da ist auch was für dich dabei. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich sehe jetzt gerade diese Scheine und so. Ich weiß ja, ist ja ein bisschen assi oder so. Aber ich könnte das jetzt auch mit 100er machen oder so. Ich flexe ja normalerweise nicht. Und wir legen direkt los. Die erste Webseite, die wir uns heute ansehen werden, ist die Plattform MrSurvey. Hier hast du die Möglichkeit, wie der Name es eh schon sagt, Geld zu verdienen mit Umfragen. Umfragen sind mit einer der einfachsten Möglichkeiten. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der gut Geld mit Umfragen verdient. Selbst wenn der auf mehreren Plattformen ist oder so. Dann doch eher mit dem Gratis-KI-Book. Also ich schenke dir jetzt einfach mal dieses Gratis-KI-Book. Ultimative KI-Toolbox. 50 Seiten hat das Ding. 50 Seiten. Kostet 27 Euro. Du klickst hier drauf. Scrolls runter. Start 27 Euro. Gehst hier bei Gutschein rein. Und dann gibst du hier vollgeheim YouTube ein. Das kennt keiner, dieses Passwort. Und dann bekommst du einfach 100% Rabatt für 0 Euro das E-Book. Das kannst du dir jetzt sichern. Alle anderen können sich das auch sichern. Ich poste das hier einfach mal in den Chat auch rein. Sonst, wenn du die Aufzeichnung siehst, unten einfach drin. Und jetzt schauen wir uns die 10 random Seiten an. Und bald gibt es sogar Geschenke nur für Leute, die live dabei sind. Denen eben auch ein Anfänger Geld verdienen kann. Aber du wirst mit Umfragen nicht reich werden. Je nachdem. Je nach Plattform. 10 Euro, 20 Euro im Monat. Also wirklich reich werden wirst du damit nicht. Dafür ist es aber sehr... Aber gut, dass es anspricht. Aber das ist auch so meine Meinung überlegt. Und manche zahlen halt nicht aus. So. Aber 10, 20 Euro, ja. Aber wie viel Zeit investierst du da? Da postest du einfach einen Link. Irgendjemand, der sowieso, einer aus deiner Verwandtschaft möchte, sowieso etwas bei Amazon kaufen. Und du sagst, hey, jedes Mal, wenn du jetzt bei Amazon was kaufst, schreib mir doch kurze Nachricht. Ich schicke dir dann sofort den Link zu. Und du verdienst mit ein-, zweimal Link zu schicken, mehr Geld. Einfach und kann nebenbei gemacht werden. Mr. Survey ist dabei eine sehr solide Webseite. Du kannst dann eben hier regelmäßig Umfragen bekommen und dann eben hier immer mal wieder den ein oder anderen Euro verdienen. Für das erfolgreiche Beantworten bekommst du hier bei der Plattform sogenannte Mist-Hits, also MZ. Es gibt bei einigen Umfrageplattformen so eine eigene Währung im Sinne von eigenen Punkten. Und das hasse ich einfach, das ist einfach nur zum Verschleiern. Wie viel Geld du da hast? Die sagen nicht, hey, du bekommst 10 Cent für die Umfrage. Nein, du bekommst einfach 24.000 Punkte. Aber diese 24.000 Punkte sind trotzdem nur 10 Cent. Bei manchen Umfrageplattformen bekommst du dann aber auch direktes Geld. Also das ist je nach Umfrageplattform ein wenig unterschiedlich. Jetzt hier bei Mr. Survey bekommst du eben diese Mist-Hits. Das sind eben Punkte quasi und in der Regel kannst du dann eben diese Punkte eintauschen. Hier in dem Fall bei Mr. Survey ab 20 Euro und das Ganze dann entweder über Paypal oder über Amazon Gutscheinkarten. Und Mr. Survey ist sehr solide, wenn man eben mit umfreiem Geld verdienen möchte. Du kannst dich hier kostenlos registrieren. Natürlich musst du dir bewusst sein, dass du da Daten weitergibst, teilweise vielleicht auch sensible Daten. Natürlich, immer. Du verkaufst, ihr müsst ja auch immer, ich sag das, ich weiß, ich weiß das. Wenn du schon öfters mal Videos gesehen hast, irgendwo müssen die Leute ja auch Geld verdienen. Also keine Plattform hat irgendwie jeden Tag so und so wie Tausend Euro und verschenkt das einfach. Irgendwo müssen die Tausende von Euros auch kommen. Also müssen die irgendwas verkaufen. Weder müssen die dich bescheißen, dass die dir einen Gutschein geben, der einfach nur ein Affiliate-Code ist oder sonst was. Oder wie auch immer. Oder eine Firma zahlt für deine Daten und da kommt das Geld her. Keine Firma hat einfach random Geld und verteilt das einfach so, so Elon Musk mäßig. Jeder auf der Welt kriegt einfach mal 10 Euro oder so. Nee, geht nicht, Leute. Ob du das möchtest, musst du natürlich selber wissen. Aber grundsätzlich sind Umfragen, wie gesagt, eine sehr coole, einfache Möglichkeit, um nebenbei... Das ist eine dumme, einfache Möglichkeit, nicht cool. Cool ist was anderes. ...ein, zwei Euro zu verdienen. Eine Möglichkeit, mit der du natürlich mehr verdienen kannst, sind richtige Jobs. Da gibt es zum Beispiel das Jobportal Unijobs von StepStone. Und hier findest du eben viele verschiedene Jobs. Das ist jetzt hier speziell für Österreich. Das heißt eben zum Beispiel als Rezeptionist, als Job-Mitarbeiter, Service-Mitarbeiter, Pädagoge und vieles mehr. Also du findest... Wisst ihr, was ich echt den geilsten Job finde? Ich weiß nicht, ob das immer noch so einfach ist. Das war mal eine Reserve. Airbnb. Und nein, du baust keine Wohnung. In verschiedenen Städten kannst du als Airbnb-Partner, kannst du deine Tour... Zum Beispiel, du wohnst jetzt in München. Und du sagst halt, hey, ich mach eine Oktoberfest-Tour und die kostet 25 Euro und zweimal am Tag während des Oktoberfestes. Oder eine Altstadt-Tour oder sonst was. Oder eine Bierkeller-Tour oder so. Oder eine Fototour und Leute können dich dann halt buchen für so und so viele Stunden, je nachdem, was da halt ist. In jeder Stadt in Nizza ist das so. Ich kann halt in Nizza einen Fotograf buchen über Airbnb, der mich einfach ein, zwei Stunden begleitet und fotografiert mich. Oder irgendwie so ein Essen oder so. Oder, oder, oder. Das sind coole Jobs. Und dann hast du einen Terminkalender und sagst dann, dann und dann können die Leute mich buchen. Das ist cool. Du findest die Jobs in vielen verschiedenen Bereichen bei vielen verschiedenen Unternehmern. Du kannst dir da die Beschreibungen durchlesen. Du siehst teilweise, so wie hier, Vollzeit, Teilzeit, 35 Stunden bis 21 Stunden. Du siehst den Standort und so weiter. Und hier gibt es dann eben über 1000 Jobs, bei denen du dich potenziell bewerben kannst. Auf der linken Seite kannst du nach verschiedenen Sachen filtern. Und generell ein sehr solides Portal. Aber ich glaube, zu so einem Job-Portal muss ich jetzt nicht so viel sagen. Dann haben wir die Plattform Society6. Das Ganze ist ein Marktplatz für Artists. Artists, also das Ganze ist ein Marktplatz von Artists für Artists. Also wenn du eben auf der Suche bist, als Artist Geld zu verdienen, dann ist eben Society6 ein Marktplatz, den man theoretisch nutzen könnte. Denn hier kannst du dann eben deine Art, deine Kunst, deine Designs verkaufen und dann eben damit Geld verdienen. Du siehst das Ganze auch hier. Dann passt ja so ein bisschen zu dem KI-Ratgeber, den ich gerade rausgehauen habe. Du machst einfach ein paar Designs. Also es sind 72 KI-Tools, die ich da vorstelle und so. Du machst einfach ein paar Designs und verkaufst sie dort. Ja, machen bestimmt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute heute mit KI-Kunst machen und verkaufen lassen. Das sind bestimmt schon ein paar Leute. Jetzt sind deine Designs hoch. Das Ganze wird dann auf über 90 verschiedene Produkte gedruckt. Du kannst dann eben hier deine Arbeit verkaufen. Die Plattform selbst kümmert sich dann um die Produktion und den Versand. Also das musst du selber nicht machen. Und du wirst dann eben dafür bezahlt. Dabei gibt es aber verschiedene Pläne. Es gibt den kostenlosen Plan, den Basic Plan und den Pro Plan. Nur beim Basic Plan und beim Pro Plan kannst du den Preis selber festlegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Beim kostenlosen bekommst du nur 10%. Also das sollte man auf jeden Fall wissen. Aber eben grundsätzlich kannst du hier eben Designs, Kunstwerke auf verschiedenen Produkten anbieten und verkaufen. Die Plattform kümmert sich wie gesagt um die Produktion, um den Versand. Und du kannst dann eben damit Geld verdienen. Natürlich solltest du trotzdem ein wenig Werbung und Marketing betreiben. Das kann Das ist alles. Und deshalb so mit Affiliate Marketing anzufangen, Ein bisschen Werbung, ein bisschen Marketing zu lernen und so weiter. Das hilft dir bei allen anderen Projekten später weiter. Nie schaden meiner Meinung. Aber natürlich vor allem zu Beginn solltest du jetzt noch nicht zu viel erwarten. Aber könnte eben auch eine spannende Alternative sein für den einen oder anderen. Ja, auch eine sehr einfache Möglichkeit an Geld zu kommen wäre über Questler. Das Ganze ist ein Cashback Portal. Das heißt, du kannst dich hier anmelden. Auch das nutzt du so etwas immer. Aber es ist kein Geldverdienen, weil du ja immer Geld ausgibst. Ich würde es immer nutzen und so. Es ist ja auch steuerfrei und so, weil das kein Einkommen ist, sondern halt eine Vergünstigung. Aber ja. 5 Euro Startguthaben. Dann kannst du in Partnershops online einkaufen. Und dann bekommst du eben einen Teil des Geldes zurück. So funktioniert Cashback relativ simpel. Eine weitere Webseite wäre Job Ninja. Auch hier findest du über 1000 verschiedene Jobs. Da kannst du eben auch in vielen verschiedenen Bereichen Jobs finden. Du kannst dir die Beschreibungen durchlesen. Du kannst dich hier bewerben. Du siehst den Standort. Du siehst Vollzeit, Teilzeit und so weiter. Du findest auch Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten. Du findest die Möglichkeit auch remote zu arbeiten. Also du hast hier eben die Möglichkeit, nach vielen verschiedenen Jobs zu suchen. Auch sehr solide. Kann man auch nutzen. Dann haben wir die Plattform Sessel. Bei Sessel hast du die Möglichkeit, Designs zu verkaufen. Also wenn du eben als Künstler... Okay, es gibt ja echt schon etliche Seiten mit Designs zu verkaufen und so weiter. Aber die Seiten müssen natürlich auch Traffic haben. So eine random Seite. Einfach sehr, sehr viele Sachen hochladen auf gut Glück. Und dann sind da auf einmal überhaupt keine Besucher. Dann hat es einfach nur Zeit gekostet. Künstler, Grafik, Creator oder als Fotograf Geld verdienen möchtest mit deinem Hobby. Dann kannst du eben hier starten. Deine Designs verkaufen ohne Gebühren. Die Plattform selbst produziert und versendet die Artikel. Und du kannst dann eben hier wie gesagt Creator werden. Ansonsten hast du auch die Möglichkeit, hier Affiliate zu werden. Das heißt, da kannst du dann bis zu 15% pro Verkauf verdienen. Könnte ja auch ganz spannend sein. Und generell finde ich persönlich Sessel eine sehr solide Seite in dem Bereich, wenn man eben als Künstler und so weiter hier Geld verdienen möchte. Gefällt mir sehr gut. Schaut auch hier gerne mal vorbei. Ja, eine etwas andere Möglichkeit Geld zu verdienen wäre bei der Plattform Vodora. Und zwar kannst du hier Essen... Okay, das ist ja schon eine harte Arbeit. Aber das ist jetzt harte Arbeit. Eine harte Arbeit ist nichts. Ich bestelle mir lieber das Essen dort. Ich lasse die Leute lieber für mich arbeiten. Oh, habe ich euch die lustigste Geschichte aller Zeiten erzählt? Nein, ist nicht die lustigste. Ich war letztes Jahr in Las Vegas. Bestell über Uber Eats Geld. Nee, ich habe erst über Pizza Hut und noch eine andere Plattform wollte ich was bestellen. Hat alles nicht funktioniert. Dann wollte ich hier bei... Ja, ich glaube Pizza Hut war das Letzte. Wurde einfach storniert, die Bestellung. Eine Sekunde später, nachdem ich bezahlt habe, habe ich mein Geld auch schon wieder zurückbekommen. Keine Ahnung, habe ich zwei, drei Mal bestellt, wollte ich zum Hotel liefern lassen. In Las Vegas. Und dann habe ich Uber Eats genommen. Uber Eats, da konnte man auch Pizza Hut oder so bestellen. Hat alles funktioniert. Steht dann in der Uber App so hey drin. 20 Minuten, 25 Minuten ist das Ding da. Hey cool, das geht ja schnell. Ist so geguckt. Der Fahrer, das ist Schritt für Schritt. Der Fahrer ist einfach schon am Restaurant und hat die Pizza im Auto. Ich denke so, ich gehe jetzt schon mal so Richtung Förtner oder zum Eingangsbereich des Hotels oder so. Kommt er nicht. Fährt er irgendwo spazieren. Stand da auf einmal, hey, jetzt macht er noch einen Zwischenstopp. Er hat aber mal eine Pizza hinten im Auto. Fährt er dann halt irgendwo, gar nicht so weit weg, durch so ein Wohnmobil, immer im Kreis. Tut, 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 mal bleibt er stehen. Setzt zurück, fährt wieder vorwärts. Straße hoch, Straße runter. Sucht wohl irgendetwas. Über 40 Minuten. Also wir sind dann schon nach 60 Minuten. Und dann nochmal 20 Minuten später sage ich, habe ich denen geschrieben, hey, du kannst die Kackpizza behalten. Brauchst mir die nicht mehr liefern. Weil was will ich mit einer Pizza, die eine Stunde bei denen im Auto liegt. Oder mehr als eine Stunde. Habe mir dann eine Pizza geholt. Er schreibt so zurück, ja, okay. Und dann am nächsten Tag habe ich mich beschwert. Habe gesagt, hey, ich habe die Pizza nicht bekommen. Über eine Stunde und so weiter. Ja, stand da erst so, ja, sie haben das abgesagt. Sie bekommen ihr Geld nicht zurück. Habe ich mich nochmal beschwert, habe ich mein Geld zurückbekommen. Und dann kam eine böse Nachricht von ihnen. Ich muss jetzt die Pizza bezahlen und keine Ahnung was. Ja, aber ist doch, wer will bitte eine Pizza, die über eine Stunde im Auto liegt. Also, da stand doch vorher kein Zwischenstopp und so auf einmal so ein Zwischenstopp. Man muss ja keinen neuen Auftrag annehmen und mir die Pizza einfach bringen. Dann wäre ja alles cool gewesen. Ich habe sonst auch gute Erfahrungen immer gemacht oder so. Das war das Negativste, was war oder so. Aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube, der hat das auch nicht lange gemacht oder so. Aber so dieses Haus und dann auch so, du hast ja auch Zeitdruck, ne? In eine Großstadt mit Fahrrad oder mit Roller oder so, so Essen ausliefern. Weiß ich nicht, ob das ein cooler Job ist. Lieferant werden und dann eben damit Geld verdienen. Der Titel heißt Random Webseiten und ich gebe euch auch Random Webseiten. Und das ist meiner Meinung nach definitiv eine Random-Möglichkeit. Und eben, wie gesagt, auch das wäre möglich. Du kannst dann eben hier zwischen... Also, ja, bei Schnee und bei Wetter und dann hast du jedes Mal Druck. Jemand bestellt eine Pizza bei 20 Grad Minus in München oder so und sagt, die Pizza ist kalt, wenn die kommt. Der Chef sagt, hey, warum bist du jetzt erst wieder zurück oder so? Steht hier schon die nächste Pizza auf dem Tresen, aber ist draußen ein Glatteis oder so? Ich finde so einen Job nicht cool. Ja, es muss jemand machen, definitiv. Und wenn wir das auch mal... Ich weiß jetzt gar nicht hier so... Echter Dienstvertrag, 10 bis 12 Euro die Stunde, ich weiß nicht, wie alt das Video ist. Aber das wäre ja unter Mindestlohn, oder? Durchschnittlich pro freier Dienstvertrag. Also, nein, also man muss sich ja auch nicht ausnutzen lassen, ne? Ganz ehrlich. ...tweder einen freien Dienstvertrag oder einen echten Dienstvertrag. Beim freien kannst du durchschnittlich so circa 14 Euro pro Stunde verdienen. Beim echten Dienstvertrag 10 bis 12 Euro pro Stunde und so weiter. Wie gesagt, das kannst du dir hier alles in Ruhe jeweils durchlesen. Wichtig ist, du benötigst ein Smartphone, ein Fahrrad oder ein E-Bike. Zugang zum... Ach, das muss ich auch noch mitbringen. Also, wenn was kaputt geht am Fahrrad und so weiter, dann muss ich jetzt ja auch noch alles bezahlen. Das E-Bike, wo ich aufladen und, und, und. Also, sorry, also... Und dann 10 bis 12... Also, ich glaube, die Daten sind veraltet. Aber das ist ja unter Mindestlohn. Das ist ja schon fast Sklaverei. Österreichischen Arbeitsmarkt. Und du musst mindestens... Ah, das ist Österreich. Okay, gut. Dann ist es okay. Für Österreich ist es okay. Das ist wichtig. Aber dann kannst du eben hier starten, Lieferant werden und dann Geld verdienen. Wie gesagt... Wenn ich dann um Salzburg oder so denke oder so, wo die ganzen Berge sind und so... Uiuiuiuiuiuiui. In dem Video zeige ich euch random Webseiten. Und das ist definitiv meiner Meinung nach eine random Möglichkeit. Beziehungsweise eine random Webseite. Eine weitere Webseite wäre die Plattform Behands. Hier findest du viele verschiedene Stellenangebote im Designerbereich. Also eben zum Beispiel Logo Design, Branding Dienstleistungen, Social Media Design, Webseite Design, Illustrationen, Verpackungsdesign und vieles mehr. Du kannst dir da eben die ganzen... Und das kann ja auch schon jede KI mittlerweile machen. ...stellenanzeigen, die ansehen, dich da bewerben und vielleicht ist da was Passendes dabei. Wenn du generell auf der Suche bist nach Freelancer-Jobs, könnte die Plattform Freelancer ganz interessant sein. Denn hier kannst du eben oben links auf Find Work gehen. Und dann kannst du zum Beispiel nach Sprachen-Jobs suchen. Aber du kannst zum Beispiel auch nach Fähigkeiten suchen. Zum Beispiel im Internet-Marketing-Bereich. Dann findest du eben hier verschiedene Jobs. Was? 14 Euro pro Stunde? Was sind das für Jobs? 4 Dollar die Stunde oder was? Nein. Nein, das ist ja auch alles lächerlich. Komm, komm. Wir müssen auch mal wieder ein bisschen seriös bleiben. Und kannst du das Ganze mal in Ruhe ansehen. Ist auch sehr solide. Auch hier kann man gerne mal... Ein Geheimtipp für euch. Es gibt diesen... Wie heißt der jetzt? Aus San Diego. Der Deutsche, der in San Diego ist. Leben USA oder so. Ich gucke den andauer. Ich weiß nicht, wie er heißt. Leben USA heißt er, glaube ich. Der gibt immer mal wieder ein paar Tipps oder so. Du kannst für amerikanische Firmen arbeiten. Als Deutscher. Übersetzer, Designer, CEO und so weiter. Und du bekommst da wohl über 100 Euro teilweise oder 100 Dollar die Stunde. Für ein paar Aufgaben und so. Und weil die halt extrem Arbeitsknappheit haben. Und die Amerikaner jetzt auch nicht so zuverlässig sind oft. Alleine wenn du schon zum Bewerbungsgespräch kommst. Per Zoom wohl. Pünktlich. Hast du schon den Job fast in der Tasche. Und wenn ich jetzt nicht so viel Geld verdienen würde. Und so viel Spaß hätte an meinem Leben und so weiter. Würde ich dann jetzt für amerikanische Firmen arbeiten. über das Internet. Und ja. Vielleicht wird das dann sogar etwas, dass die einen sponsern würden. Oder so. Dass man da hingehen kann oder so. Aber 100 Euro die Stunde ist da gar nichts. Also wirklich richtig offiziell ein Job. Oder auch Teilzeitjob oder so. Für bestimmte Aufgaben. Vorbeischauen. Wie gesagt, wichtig ist bei solchen Freelancer-Plattformen. Oder generell bei Möglichkeiten, wenn du im Internet Geld verdienen möchtest. Generell ist eben wichtig, dass es passend sein sollte zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Interessen. Weil ansonsten wirst du langfristig nicht erfolgreich werden. Dementsprechend sollte dir das auf jeden Fall bewusst sein. Und Freelancer ist wirklich eine meiner Meinung nach sehr gute Webseite. Wenn man eben im Internet Geld verdienen möchte. Eine weitere Möglichkeit Geld zu verdienen wären zum Beispiel mit Online-Kurse. Oder zum Beispiel mit digitalen Downloads. Oder mit Coachings. Das alles kannst du zum Beispiel bei Teachable anbieten. Ja, auch ganz gut, kann man machen. Und damit Geld verdienen. Mit Teachable kannst du eben eine Seite erstellen, eine Webseite erstellen. Das Ganze so customisen, also so anpassen, wie du es möchtest. Und eben darüber kannst du dann eben zum Beispiel Online-Kurse oder ähnliches anbieten. Und dann eben damit Geld verdienen. Natürlich solltest du dann trotzdem noch Werbung und Marketing betreiben. Um eben dann möglichst viele Online-Kurse zu verkaufen. Mit Online-Kurse, mit digitalen Downloads und ähnlichem kannst du teilweise sehr gutes Geld verdienen. Wenn du da einige anbietest. Wenn du eben auch einiges an Marketing und Werbung betreibst. Dann kannst du da auch mehrere tausende Euro pro Monat verdienen. Aber es erfordert natürlich sehr viel Arbeit. Generell zu Teachable noch wichtig. Es gibt ein Pricing. Also es gibt verschiedene Modelle. Das solltest du dir alles einfach mal in Ruhe ansehen. Was da passend ist für dich. Ganz einfach. Du machst das Billigste. Und du kannst immer wieder ein Update machen. Du startest einfach mit 0 Euro. Machst da einfach etwas. Dein erstes Produkt. Und du zahlst dann auch gerne 10% und Transaktionsgebühren und so fertig aus. Und wenn du das ein paar Mal verkaufst, kannst du ja immer noch das größere Paket machen und so weiter. Es ist doch völlig egal. Wenn du so etwas machst. Kleinste Produkt. Kein Euro investieren. Ein Produkt hochladen. Testen. Und dann. Ich kenne keine Plattformen da draußen, wo du nicht per Einklick ein Update machst. Oder ein Upsell oder so. Oder Update oder so. Für das Paket oder so. Dass du dann halt ins Basic-Paket springen kannst. Oder im Pro-Paket. Und teilweise sogar auch wieder rückwärts. Aber da verlierst du natürlich ein paar Funktionen. Aber ja Leute. Also einfach machen. Einfach machen. Scheißegal. Einfach machen. Testen. Wichtig zu wissen. Es gibt eben diese Preise. Also das sollte man nicht unterschätzen. Generell aber auch Teachable. Einfach vielleicht einen kleinen Mini-Video-Kurs für kleines Geld raushauen. Erstmal gucken. Kauft das jemand. Und dann kannst du immer noch was Großes rausbringen oder so. Also starte einfach. Weiter. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja es gibt eben viele verschiedene Möglichkeiten und Webseiten mit denen du im Internet oder mithilfe des Internets Geld verdienen kannst. Wichtig wie gesagt. Es sollte zu deinen Fähigkeiten passen. Es sollte dir Spaß machen. Und vieles erfordert eben sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit. Ja damit verabschieden wir uns auch jetzt hier raus. Weil er sagt alles. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Es sollte Spaß machen. Aber du kannst auch richtig viel Geld verdienen. Und das Tolle ist bei so digitalen Sachen. Du kannst den Videokurs nicht nur einmal verkaufen. sondern rein theoretisch auch hunderttausend Mal. Und hast ihn nur einmal erstellt. Lass gerne ein Abo da. Komm auch gerne beim Live vorbei. Montags, Mittwochs, Sonntags. 18 Uhr auf Twitch. Alle Links sind unten. Ciao.